Ja, die Stadtwerke Jena Gruppe, für die ich hier heute stehe, bekennt sich ganz deutlich zur Initiative Weltoffenes Thüringen. Das ist eigentlich eine Sache, wo wir nicht lange überlegen mussten, uns dazu zu bekennen, weil es entspricht genau dem, was wir auch als Werten innerhalb der Gruppe jeden Tag leben. Wir für Jena und die Region, das zeigt, dass wir über unsere Stadtgrenzen hinaus gucken und in Jena schauen wir ja auch in die ganze Welt. Wir haben eine sehr hohe Exportquote und wir haben auch sehr viele Menschen aus vielen Ecken der Welt, die bei uns hier in Jena leben und auch in der Stadtwerke Jena Gruppe arbeiten und da ist es uns ganz wichtig, dass Toleranz ganz groß geschrieben wird in diesem Kontext und ich will auch deutlich sagen, dass wir darauf angewiesen sind. Wir könnten nicht das leisten, was wir heute leisten in der Stadtwerke Jena Gruppe, ohne dass wir so divers unterwegs wären, wie wir das heute sind und dafür möchten wir hier ein deutliches Statement abgeben.